ARD Text im Auftrag von Funk Wir starten übrigens als Familie. Ich spiele heute mal den Koch und ich kann leider nichts versprechen. Es tut mir leid. Boah, ich hab schon lange kein Bubba mehr gespielt. Wo bin ich denn hier? Achso, ich bin hier. Opa ist schon wach. Ja, die sind ja auch laut runter gesprungen vor allem, Danny. Ich fühle mich so extrem langsam. Töte es, Colin. Julie ist tot. Neben mir war noch Leland. Töte es. So, erstes Schloss bei Denise angebracht. Und hier kommt das nächste Schloss. Hallo, Leland. Ist der schon oben? Ja. Er hat mich umgekickt. Ja, er ist hier bei mir. Ja, er versucht gerade. Hast du gut gemacht. Schau, geh mal durchs Haus. Ich bin so langsam. Ich weiß ja nicht, was er sich dabei gedacht hat, wenn er mich da sieht. Weil umtackeln kann der mich ja nicht mehr. Ich hab keine Ahnung, wo der hin ist. Achso, ja. Ja, weil der Danny ja schon umgetackelt hat. Und ich stand ja genau vor dem Tor, also ich weiß nicht, warum der versucht hat das aufzumachen. Ist da zu? Ja. Hier ist wieder Leland. Ich mach ja gerade die Barriere kaputt, ich bin gleich da. Wo? Ins Haus wieder rein. Die Fuse ist schon auf. Wo ist die Fuse? Im Haus. Im Haus. Das wurde abgeschlossen extra. Au. Entschuldigung. Ich wollte sie eigentlich kaputt sägen, die Tür. Nala, du durst gerade dezent. Nein. Sieh doch nicht. Doch, die macht sich voll breit. Boah, ich verdiente mich als Koch so langsam. Andere sind viel schneller. Nala. Nala. Nala, ich geh schon mit der Hand extra weg von dir, ja? Und du kommst hinterher. Bei mir ist noch beides zu. Bei mir ist noch beides zu. Irgendwer ist im Haus noch. Ich war da gerade. Kann ich dich auch mit meiner Fähigkeit hören? Ja. Aber irgendwer scheint auch hier in den Bischen zu sein, oder? Ne, es war unten im Keller. Ja. Was doch, ist doch doof, wenn, äh... Ne. Alles ist, sie hat eigentlich nicht mehr gesehen, aber ich hab niemanden gesehen. Die hat halten, was heute gesagt. Ne, das bist du da nie. Du bist noch im Haus? Ja. Bin ich gut mit meiner Fähigkeit? Ja, stimmt. Dich hör ich auch. Nala. Das ist ja voll doof, wenn ich dich auch hören kann. Ja, das ist das Schwierige, glaube ich auch. Bella ist offen. Katze. Oh, hi, Leland. Wo ist denn der Kellerausgang, hier? Äh, direkt unter... Ja. Finde ich eher nicht so schnell. Kommen wir auch, glaube ich, gar nicht so schnell hin. Meine Tippel, 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 Tippel! Ist wieder zu. Ich hab zugemacht. Jetzt ist nämlich Leland unten im Keller und da kann... ...Defuse nicht. Nicht zu Fuse raus, sondern das. Kann Schleitern hoch? Ja. Gib Opi mal ein bisschen Blut. Ja, wenn doch nicht Stufe 1. Das fand ich... ...bisschen traurig. Jemand tritt schon den Generator auf, und zwar Conny. Okay. Jetzt sind beide drüben. Sie sprengt zurück. Die nächste, du bist auch hier. Ja. Ja. Ich weiß, dass die angeblich, die Gap hat irgendjemand sieht. Ich bin nicht mehr. Das heißt, die hat hier doppelte Schlösser geknackt. Da ist jemand immer noch auf meiner Seite, kann das sein? Die Conny war nicht alleine. Ich weiß, ich hab grad eben... Ich hab irgendwas aufleuchten gesehen. Ich kann aber auch sein, dass das einfach nur deine Giftwolke war. Ich würde halt ungern zu weit weg vom Haus gehen. Kann ich verstehen wegen der Clues. Nee, hier ist keiner. Ist zu. Meine Türchen sind auch noch zu. Ach, das warst du. Läufst du hier rum, Denise? Ich bin grad hier rumgelaufen, ja. Bei dir auf der Seite. Okay. Ich dachte, ich könnte hier meinen Puder wieder herstellen, aber nein. Ich dachte, ich könnte hier meinen Puder wieder herstellen, aber nein. Andere Seite sind... Ich war eine Sekunde weg. Willst du mich verarschen? Ich bin bei der Fuse, aber... Ich bin bei der Fuse, alles gut. Aber ich kann die noch nicht ausmachen. Leland ist bei mir. Ist aus. Wie aus. Zu. Ich hab wieder zugemacht. Easy. Leland genüge Zeit geklaut. Bonnie ist bei mir. Soll ich kommen? Nö, die springt jetzt wahrscheinlich eh wieder zurück in den Keller. Achso. Hoppala. Ich bin an ihr vorbeigelaufen. Sie rennt ins Haus. Rechts. Ja. Ja, ja, ja. Sie kommt ihr entgegen. Sie ist einfach gegen mich gelaufen. Ich hab's gar nicht realisiert. Ich dachte, ehrlich gesagt, das wärst du gerade. Sie ist wieder zurück in den Keller. Wie geht denn das bei der so schnell? Hier. Hier. Was heißt hier? Ich spen grad Olic am Vertrag. Ich bin grad Olic am Vertrag. Bad Midland. Er rennt ins Haus. Er will wieder die Fuse machen, ne? Kann gut sein. Wo? Der ist gegen mich gerannt, schon wieder. Der ist in der Klemme, der ist tot. Ja, Mann. Meine Seiten sind noch zu. Soll ich Opa auch nochmal füttern gehen? Ja, bitte. Plinis, passt du dann hier ein bisschen auf? Kann ich machen. Hier ist noch zu. Scheint nicht, als wäre Conny hier. Ja, Conny, die rennt bei dir in die Dunny auf die Seite. Aber, hä? Ach so. Dummes Ding. Ach, der andere Typ ist ja schon geflohen. Wo ist Conny? Die ist hier reingelaufen. Bei Daniel auf der Seite. Die ist hier reingelaufen. Jetzt rennt sie da wieder raus. Ich brauche auf jeden Fall jemanden, der kommt, weil... Ich bin zu langsam! Ich bin zu langsam! Wo muss ich hin? Sie ist wieder im Keller zurück. Ich muss sie jetzt nicht langsam auch mal auspuchen. Hoffe ich doch mal. Eigentlich schon. Aber sie hat sich nochmal geheilt, glaube ich. Ich gebe Opi noch ein bisschen Blut. Dann können wir die jagen gehen, ja. Müsste eigentlich ausreichen. Ich hoffe ich... Ich hoffe ich... Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe keine Ahnung wo die hier ist. Auch nicht. So, dann lief doch mal eine Wolke gelaufen. Sorry ich blockiere dich gerade. Oh nie. Ja, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Ich gehe wieder in den Keller runter. Ja. Sie fällt um. Ja. Sie ist gut. Okay ihr Lieben, das war dann somit die... ...Kenne runter. Wir sehen uns gleich in der Rolle des Opfers wieder. Ja. Und damit wir kommen zurück zur Runde als Opfer. Seid ihr bereit? Nein. Was ist das? Ich frage nochmal. Seid ihr bereit? Was ist das? Seid ihr bereit? Teamarbeit. Ja. Der Zustand verschlechtert sich. Du musst fliehen. Oh Gott, hier ist Glasern fest versteckt. Ist einer noch ein Eis? Der ist Sonny. Nein. Oh Gott, hier ist Glasern fest versteckt. Oh Gott. Oh Gott. Da war ein Leatherface. Das ist ja. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Will der mich veräppeln? Wirklich. Da steht der Sonny hinter mir die ganze Zeit. Mit keinem Dietrich und mir dann vor der Nase wieder Dietrich weg zu klauen. Bereist. Frechheit. Weck mich halt warum. Oh Gott. Wo bist denn du hingerangt? Ich bin wieder im Schlachtraum zu... Schlacht... äh... Knochenraum zurück. Na... Bin umgefallen. Das Todesurteil. Und auch nicht. Der war zu doof. Aber ich muss mir jetzt erstmal nochmal Dietrich holen. Jetzt bin ich aber tot. Nein. Das hat nicht mehr laufen. Was haben wir denn? Wir haben ein... Anhalter und Johnny. Naja, muss ich morgen mal keine Angst haben vor irgendwelchen doppelten Stössern. Ja... Naja, entspann. Sägen. Ja... Ich weiß, wo die Fuse ist. Ja, ich hab auch schon mehr Fuses gesehen. Nur hinkommen muss ich irgendwie. Oh, oh. Dani, löschen von deiner Freundesliste. Ist der fies? Der spielt richtig... Siehst du, er ist sehr fies. Er ist ein gemeiner Doofer. Schön anhört. Nein! Oh, hier ist ja gar kein... Der hat das ja noch nicht mal... ...abgetrappt. Hätte ich gar kein Messer mitnehmen müssen. Oh, nein, nein, nein. Also ein homeschooler. Das ist ja nicht wirklich alles. Ja, das到底. Alter, Verwalter, könnt ihr mal alle hier weggehen, bitte? Ich habe gerade Angst um mein fucking Leben Und Colin rennt voll in einen rein Ja, der hat mich bekorriert Oh mein Gott, wer war das denn? Ich Was, mit Anhalter? Der hat mich nicht genau gesehen, also der hat mich mehr oder weniger ignoriert War doof, war sehr doof von mir Ich habe dem Johnny gezeigt, wo ich bin Ah, jetzt zieh weg, nicht der Anhalter, will der mich verarschen Könnt ihr mal alle bitte weggehen? Ich will zurück zur Fuse Was ist denn da in der Hand? Ich habe nicht versucht, du bringst das selbe Game. In der Mitte ist übrigens dann das Ventil, falls ihr das mal probieren wollt. Die haben jetzt aber auch getrippelt. Das war doch so mit der Runde des Aufpasschaffens, das hat euch gefallen, wenn ja lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Aber wir gucken so lange noch Sunny zu. So, bin schon mal gespannt, ob Sunny überlebt. Ich mag auch gerne, vor allem, da hätte ich schon lange die Füße reinhauen können. Aber mal schauen, war. Mal gucken, was wird. Ich mag nicht so viel, Brian. Mal gucken, was wird. So unauffällig in dem Gebüsch Ist so Ich habe Johnnys Arm durch die Waffe gesehen Sonny hat doch deine Fußspur entdeckt Go Sonny Go 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 Sonny Ich weiß halt auch gar nicht was der jetzt eigentlich noch explizit wartet Ich hoffe dass sie weggehen Oh krass der kann doch mal liegen Ich habe immer noch einen Herrscher Ich habe immer noch einen Ich habe immer noch einen Ich habe immer noch einen Ich habe einen Weißt du Wie geht es? Ich habe einen WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Kade. Er hat sie immerhin angekriegt. So, jetzt aber Tschüss, Leute.